archingist Ein Todungspfahl oder sowas Tigers Nordamerika kehrt zurück Sei aber mümkula explotz creepias Oh, das ganze normale Haus da! Also da, wo wir wohnen, das ganze Haus, das taucht wieder auf. Dann fehlen ja eigentlich nur noch die Hühner, was? Also alle Personen, die draußen sind. Der Angler fehlt noch, die Hühner fehlen noch. Okay, auf in totem Fünf! Die Antarktis zählt ja nicht als Kontinent. Wobei ich selber nicht weiß, ob das jetzt ein wirklicher Kontinent zählt oder nicht. So, Turm Fünf! Er starrt! Oh nein, der Wächter schon wieder. Und, tja, er will uns nicht mehr, er hat keine Lust mehr, dass wir die Welt retten. Er verscheucht uns. Dann gehen wir wieder. Und hier drüben, nein, das ist nicht noch irgendein anderer Turm, das ist Turm Zwei. Das ist, weil man hier halt, ich hab's ja gesagt, in der Kugel läuft und da drüben fängt schon wieder die andere Kugel an, also. Wir wissen Bescheid. Passt auf, ich geh mal zu Turm Zwei, dann versteht ihr's besser. Da sehen wir Turm Fünf da drüben. Na gut, wir sehen ihn nicht, aber da drüben ist Turm Fünf. Wo wir gerade waren. Die Musik halt, ne? Ach, mein alt-übliches Gann-Problem beim Aufnehmen. Tja, Weiser. Was sollen wir machen? Der will uns nicht reinlassen. Weiser, was gibt's Ork? Frage nach Turm Gann. Schließe deine Augen, ich werde dich heilen. Juhu. Ein Schläfchen im Bett kann ich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir verlorene Kräfte wieder, toll, das weiß ich doch. Wissen Sie selbst haben, so ist eine der Knäuern Genu. Er hat mich mit irgendein Staub berieselt. Denk ich doch mal, dass das Staub war. Sonst möchte ich gar nicht wissen, was das Staub war. Ich sag's ja, die Grünen sind noch eingefroren. Der Kolumbus-ähnliche Typ da. Melina! Unsere Melina ist doch Weberin. Hi. Dieser Faden, er ist wundervoll. Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass dich dies kräftigen und schützen würde. Ach, ich sag's ja. Meine Leseprobleme waren irgendwie... Ach, keine Ahnung. Schon ist der Kristallfaden weg. Der war eben hier noch irgendwo drin. Blablabla. So. Sie webt den Faden jetzt in die Weste mit ein. Kann nur vom Vorteil sein. Sie würden sich irgendwas schönes stricken oder so. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Ah, du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruh dich aus. Begib dich in dein Bett oder irgendwie sowas. Jo. So, die neue Waffe kaufe ich nicht, weil... Deswegen. Spaß drauf. Ich nehme lieber die Heilung mit, die mir die... die mein Kristallsperr mir gibt als... Äh, irgendwer für die einen Schaden mehr macht oder so. So, wir sollten schlafen gehen. Also kratze ich mich an der Hand. Ah, es ist so... Ickerhaft warm draußen. Es sind 30 Grad. Und ich wohne unterm Dach. Das ist herrlich. Da weimt es sich natürlich automatisch genauso auf. Und so schlafe ich heute Nacht auch bestimmt, weil es im Bett viel zu warm ist. 10 Minuten für diesen Scheißturm. Über 10 Minuten sogar. Naja. Och, der schläft aber gemütlich hier. Oh, was um. Der Boden ist hart. Och, du Armer. Und? Jo, das Essen köchelt weiterhin vor sich hin und ist dunkel. Es kocht dunkel. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Der Weise bist du zu... Der liegt da. Naja. Der schläft bestimmt. Darf ich raus? Ich kann sogar das Dorf verlassen. Okay. Christa. Christa Weihnacht. Auch ärgelt. Immer noch. Tja, der steht ja mitten im Dunkeln. Ich kaufe mir mal Gift. Entgiften, falls ich das mal brauche. Seht ihr? Ja, toll. So aus robustem Holz. Toll, der Stab hat einen Schaden mehr. Dafür heil ich mich aber nicht mehr. Also... Nee, danke. Och. Das Huhn macht Wetter, Huhn. Uhuhuhu. Der wird bestimmt schlecht dabei. Ja, die meine ich doch hier alle. Alle, die fast draußen stehen. Oder alle, die draußen stehen, sind immer noch eingefroren. Melina! Ich möchte dich ja eigentlich ungern stören, aber... Sie arbeitet fleißig immer noch vor sich hin. Ihr Götter, erhöret mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an, schützt Arg vor Verletzungen. Und bitte bringt ihn bald wieder zurück. Lido. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Arg, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen. Wenn die Weste fertig ist, Arg... Achso, du wirst mich nicht verlassen, wenn die Weste fertig ist. So. Das wirst du doch nicht tun, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzige ist. Es müsste draußen mehr geben. Vier mehr. Ich verstehe. Ah, du bist anders als die übrigen Leute des Dorfers. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin. Egal, wo du auch bist. Vergiss das bitte nie. Du hast noch etwas Zeit. Ruhe dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Ja, na gut, wir stören bitte in die Nachtruhe hier. Und hier schläft Ruhe Berliner dann. Ich weiß nicht, als ich in die Mitte gerade stehen habe, was ich... Habe ich schon nicht darauf geachtet. Dann wollen wir mal eine Runde schlafen gehen. Also den Rest der Nacht schlafen. Dann ist auch die traurige Musik wieder vorbei. Zzzzzz. Ich glaube, ich lege mich auch schlafen. Das kommt mir, glaube ich, ganz gut. Und er liegt schon wieder irgendwie... Da, und genießt seinen erholsamen Schlaf. Glock. So, Melina-Mädel. Es ist Tuck. Wo ist Weste? Ah, sie hat kein Bett, seht ihr. Na, hast du dich gut ausgeschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Beben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Die Titanium-Weste. Das klingt eigentlich schon so wie... ...die absolut aller perverseste letzte Weste im Spiel. Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja. Wie gesagt, die Weste... Der Name ist ja schon mal irgendwie hart. Und sie ist halt eine besondere Weste, weil sie halt von Melina ist. Melina webt diese Weste. Hat eine Abwehrmeer. Deswegen kriegt sie ja einen Sonderplatz. Die, 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 die. Lalalala. So. Dann... ...gehen wir doch nochmal zum Turm 5. Und gucken, was unser toller Wächterfreund gegen eine Titanium-Weste ausrichten kann. ... So, mein Wächterfreund. Hier kann ich auch lang gehen, oder? Joa. Wächterlein, Wächterlein, lasse mich doch bitte herein! Er starrt! Joa, da ist er wieder. Kling, die Titaniumweste hat dich bewahrt. So, schon brauchen wir die Weste eigentlich nicht mehr. Aber da sie besser ist in der Verteidigung, behalte ich sie. Das ist übrigens der absolut allerperverseste Turm von allen, denn er ist riesenklein. Riesenklein, ja genau, riesenklein ist er. Ich habe den Blick erwidert und ich muss einmal niesen. Oh, Gesundheit! Warum sag ich mir selber Gesundheit? Keine Ahnung, ich bin drauf. Wächter! So andere Wächter. Ich bin Level 6, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und, oh, hier der heilige, heilige Weg. Aber, was sehen meine entzündeten Augen? Diesen Weg noch. Dies ist deine letzte Aufgabe! Gehe nun! Wau! So verstehe ich die Pose da von dem gerade. Ja. Ob das jetzt so gut ist, mit Level 6 hier reinzugehen, weiß ich nicht. Aber versuchen wir es. Warum? Deswegen! Hi! Ja, das kann lustig werden gegen den. Wir hauen erst mal seinen Arm kaputt. Wie dürfte er uns denn treffen? Eigentlich ist er ja Krebs-Skauplone. Ziemlicher Schwachstück. Und ich kriege Erfahrung für seinen rechten Arm. Kraftpunkte und Stärke. Das heißt, ich mache vielleicht mehr Schaden als nur eins. Hurra! Wow! Sprite-Limitation! Ich müsste ein Stück hier mal darüber sorgen. Also, man kann sowieso nur seine Arme angreifen, weil er seinen... Glock... Weil er das weh. Rohr, sein Giftstachel! Ah, das war dumm. Wie macht man ihn am besten? Ich würde ganz einfach sagen, so. Ja, entweder... oder so. Ja, der Bus ist doch ein ziemlicher Schwachstecker, doch. Also, das ist... Level 7 reicht doch. Okay, ich mache genauso viel Schaden, wenn ich. Oh, er blutet schon. Er kann irgendwie überhaupt nichts machen. Das dürfte relativ langweilig sein, zum zusehen. Aber ich denke, es ist die wirkungsvollste Methode gegen ihn. Zwei, eins, zwei, eins, 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 eins... Oh, kritisch für einen Schaden! Wuhu! Ich halte mich kaum fest hier! Ich kriege kaum noch Luft. Lalalalalala! Er explodiert in eine große Wolke aus Hass! Tja... Dämon-Skorpion ist bezwungen! Arg! Du hast alle Prüfungen bestanden! Nun kann deine Reise beginnen! Kehre noch einmal ins Dorf zurück! Meine Reise kann beginnen, nicht beendet werden! Ich bitte da um... ...dieses zu berücksichtigen! Das wäre jetzt wesentlich einfacher als ich dachte! Ich hatte das irgendwie schwerer in Erinnerung, keine Ahnung! Aber was sei's! Na ja, na ja, na ja! Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so einfach mal umnutzen kann! Keine Ahnung! Jo, die sieht jetzt ziemlich vollständig aus! Jetzt kommt noch die große, riesengroße Gefängnisinsel dazu! Das sieht absolut nicht nach Australien aus! Das könnte die Antarktis sein! Ja, fast! Aber es soll Australien darstellen! Auch wenn der Turm jetzt nicht sehr australisch aussah! Aber was soll's! Aber gleich sehen wir, warum es Australien ist! Genau deswegen! Ach Gott, wie ist er verstanden! Ich hab's vergessen, tut mir leid! Ups, hier bin ich grad gemutet! Oder hab ich mich die ganze Zeit gemutet? Ich hoffe nicht! Ich hoffe nicht, hier haben sie den Boss jetzt stillstuhr eigentlich vor mich hingemacht! Ich sag ja, mein Gehenproblem! Australien! Ich hab doch hier eine Karte! Steht ja berg hier drauf! Ach Gott, ich muss mal aufstehen! Ich mach's mir nicht! Ich hab jetzt keine Ahnung! Ich hab alles geholfen!